Dieser Videoclip erklärt die Veränderung in Verbindung mit Eigenschaften, die bei Archicad 20 Raumstempel vorgenommen wurden. Elementeigenschaften sind vollständig in den Archicad BIM-Arbeitsablauf integriert und können somit in den Raumstempel angezeigt werden. Diese neue Funktion ist sowohl bei den Raumstempeln Raumstempel 0120 als auch bei Raumstempel 0220 In diesem Clip geht es um den letztgenannten Raumstempel. Aktivieren Sie den Dialog Raumeinstellungen und aktivieren Sie die Seite Inhaltsreihenfolge in seinem Paneel Einstellungen. Vergewissern Sie sich, dass die Option Zusätzliche Kennzeichen in einem der Felder ausgewählt wurde. Gehen Sie dann zur Seite Zusätzliche Kennzeichen des Paneels und aktivieren Sie das Kästchen Zusätzliche Kennzeichen einblenden. Das Feld Wähle Angaben ist die Stelle, an der Sie die im Raumstempel zuzeigenden Datentypen auswählen können. Wenn Sie die Option Sortieren erstellen auswählen, zeigt die Liste 20 Zeilen an und Sie können den in den jeweiligen Zeilen anzuzeigenden Datentyp auswählen. Klicken Sie auf die Taste mit dem nach rechts weisenden Pfeil am Ende der Zeile und es erscheint eine Dropdown-Liste. Welche Daten in der Liste angezeigt werden, hängt davon ab, ob Sie den Standardeinstellungen des Raumstempels oder die Einstellung des Raumstempels eines platzierten Raumelements bearbeiten. Bei der Bearbeitung der Standardeinstellung eines Raumstempels zeigt die Liste zuerst die Option Kein an. Dann alle im Projekt vorhandenen Eigenschaften in der Reihenfolge, wie sie im Dialog Eigenschaften Manager erstellt wurden. Kategorien und IFC-Eigenschaften können ausgewählt werden, da der Raumstempel noch nicht platziert wurde. Wählen Sie die Eigenschaft aus, die Sie im Raumstempel anzeigen möchten und klicken Sie dann auf die Taste OK. Platzieren Sie den Raum und den Raumstempel und Sie werden sehen, dass der Eigenschaftswert im Raumstempel angezeigt wird. Wenn Sie jedoch die Einstellungen eines platzierten Raumstempels bearbeiten, zeigt die Dropdown-Liste zuerst die Option Kein an und dann alle für den Raum verfügbaren Kategorien, gefolgt von den Eigenschaften, die für die Raumelement-Klassifizierung verfügbar sind und schließlich alle IFC-Eigenschaften für das assoziierte Element. Nachdem Sie die gewünschten Veränderungen vorgenommen haben, klicken Sie erneut auf die Taste OK und die festgelegten Eigenschaftswerte werden als Teil des Raumstempels angezeigt. Das ist eine Art und Weise. Das ist eine Art und Weise. Vielen Dank.